Guck mal in die Zornaske, Alusantien. Wir wissen beide, dass ich niemals eine Party planen würde, dass es nicht um ihn entgehen würde. Ist ja schon gut. Ich zeige dir die Sachen. Das ist von Eugene, von den Sumsums. Selbstgemacht. Können wir als Deko-Kerzen benutzen. Abscheulich süßer gestank. Deswegen wird es Ihnen wahrscheinlich gefallen. Er hat einige Kerzen davon zur Verfügung gestellt. Das hast du richtig erkannt. Es wird deine Aufgabe, sie zu verteilen. Weil, ekelhaft, dieser süße Geruch. Ja, ich habe auch die Ballons besorgt. In grässlich bunten Tönen. Die einzig schöne Feier, auf der ich je war, war eine Trauerfeier. Natürlich habe ich an die Untersitzer gedacht. Grässlichen Blumenmuster. Man wird schlecht, wenn ich das ansehe. Hat irgendjemand, die eine Zweier ruiniert? Wann ich so ein Leben? Ja, auch die Schmetterlinge. Das darfst schön dumm machen. Oh nein, ich werde mich nirgendwo anstehen und Schmetterlinge entkleben. Das tut mir weh, aber die bunten Servetten. Das macht mich immer mal ein Schmetterlinge. Ok, ich werde mich wirklich anstehen und Schmetterlinge entwirken. Ich werde mich damit anstehen. Natürlich habe ich Geschenke für ihn und passend zur Deko-Schmetterlinge würde ich lieber zur Schmetterlinge, um den Hals zu hängen, grässlich dieser kleine Plüsch-Wolf. Die können ja grau anmalen, schau zu mir aus wie ein Walf. Ebenso grässlich, ziemlich passenderweise habe ich eine gute Kette gefunden. Eine alte Zauberin hat sie mir gegeben, die soll ihnen helfen, ihre Wehrwolf-Fähigkeiten noch weiter besser kontrollieren zu können. Falls das nicht stimmt, habe ich wohl 20 Euro in den Abkuss geschmissen. Ebenso grässlich bunt, Lippe-Balsam mit Mandelöl. Ekelhafte Farbe. Dann natürlich noch eine Farbpalette. Ihnen erzählt ja immer aus, als wäre sie in einen Farbtopf gefallen. Damit können sie diesen Look noch verstärken. Aber ein, zwei gute Farben sind hier zum Glück auch mit dabei. Den Rest muss man wohl ignorieren. Für ihn hat Wolfsnägel hier eine gute Pflege gekauft. Das ist eine gute Handcreme. Die pflegt auch Wolfsnägel. Vielen Dank, dass dir auffällt, was für ein doch dankter Mensch ich bin. Nach so vielen Jahren, in denen wir uns kennen, wurde das auch Zeit. Passend dazu reinfühlen, dass die Nägel stabiler macht. Irgendwann wird sie mit bestimmten Lackschlisern und jemandem die Augen auskratzen. Das war jetzt sehr schwer zu finden, aber ich habe es geschafft, eine Schere zu bekommen, die auf Wolfskrallen schneidet. Ich weiß nicht ganz, wie das mit Wolfskrallen funktioniert. Sie liegt auch nicht in meinem Interessenbereich. Die Sache erinnert und schneidet sich die Krallen. Natürlich sind das sehr dortachte Geschenke. Ja, ich habe vorhin die anderen Sachen gedacht. Tapf und da sind zwar, auch wenn ich ganz bestimmt nicht kochen werde. natürlich erst kalte Söhnchen, auch an Partychecks gedacht. Es ist heute noch einiges an Arbeit vor dir haben. Die Halle schmücken mit den Schmetterlingen. Diese werden für jeden Fall dann natürlich die Löffel und Jeans, Kerzen aufstellen und anzünden, wenn ihnen kommt. Ja, die Ballons fertig aufpusten. Oder du versorgst eine Pumpe dafür. Das erinnert mich an meinen letzten Geburtstag. Mutter hat ihn viel zu groß gefeiert. Viel zu viele Menschen und viel zu wenig Unglück an einem Tag. Verdrückt haben richtig die Laune. Aber nicht im positiven Sinne. Du hast diese Becher besorgt. Für was? Seftbom. Das ist keine Aktivität, an der ich mich beteiligen werde. Natürlich geht es um Inats großen Tag um Inat. Aber zwing mich dann nicht dazu, den Zunehmern bei solchen Aktivitäten. Da hast du ja auch etwas gekauft. Mit welchem Geld? Ein Notizbuch. Damit er nicht ihren Klatsch und Ratsch aufschreiben kann. Ich denke, dass wir das nicht hätten unterstützen sollen. Das ist ein viel zu großes Pilab am Maul. Dieses ganze Social-Media-Geteil und Blog-Anträge. Das ist doch nur Seelsorgerei. Oh nein, Grund. Ich möchte nicht nach Likes oder Shares umbetteln. Ich möchte so oder so von keinem gemacht werden. Inhaltlich ist das das Einzige, was ich genieße in diesem trostschlosen Leben. Auch wenn nicht auf eine positive Art und Weise. Hast du dir noch etwas gekauft? Was soll Inat damit machen? Gelenke? Schmerzen, wenn sie sich entwölft? Die Sachen wirst du hier übergeben. Ich möchte danach nie wieder etwas anfassen, was so grisli bunt ist. Diese Feier zu planen ist deine Qual genug. Aber nicht auf die schöne Art und Weise. Das war heute nicht die letzte Feier. Ich plane bestimmt die letzte, die so grässlich, schrill und bunt wird. Die restlichen Dekos haben musst du da noch anbringen. Wie kraut ist, wenn ich dran denke? Schmetterlinge, Hasen, Luftballons. Und dann noch Plastikpuffdeck. Nichts, womit man an anderen Gästen ein Ende bereiten könnte. Das wird eine gute Feier. Ich weiß, dass das nicht um mich geht, sondern um ihn hat. Ich kann nicht diesen Tag, wenn er mich gerne auf Kreude behalten würde. Ich weiß, dass das nicht um mich geht. Vielen Dank.